Ja Mensch, bei der Produktion des letzten Videos zusammen mit dem Hatzel sind einige Outtakes zustande gekommen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Und deswegen kriegt ihr jetzt so drei oder vier Minuten lang pure Unterhaltung mit unseren Outtakes. Ich hoffe, es unterhält euch und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß. So, speichern. Ah, ich hab aufgenommen. Oh mein Gott. Also man kann auch nicht irgendwie so einfach so Start-Stop machen oder so. Ja, hier, ich möchte das gleich per Tastendruck starten. Nö, ich muss erstmal die Dateinamen raussuchen und dann nimmt er direkt auf, wenn ich den gemacht habe. Toll, richtig geil. Hast du Teufel? Okay. Was war das? Das willst du gar nicht wissen. Also wir spielen schon richtig schlecht alle. Beziehungsweise du spielst richtig schlecht. Ja. Ich natürlich nicht. Nein. Aber das guckt sich dann irgendjemand an. Ja. Okay, das kommt viel zu gestellt rüber. Das ist ja ein Zufall, dass die Aufnahme gerade läuft. Oh, Kalimo, du nimmst ja schon auf. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir lieber einen Text ausgedacht. Hm, jetzt bin ich enttappt. Nee, entlagt. Ich hab falsch abgelesen. Entschuldigung. Kalimo, du auch hier? Das ist aber schön. Na, Puppe, willst du öfter hier? So, unbendet war man, ne? Krasse Überleitung. Gut. Das hört sich komisch an, wenn man das macht. Weißt du, während dem Reden geht es weiter. Ja, das ist auch ganz, ganz okay, ne? Oh, Mann. Das haben wir lieber... Kalimo, was meinst du? Sag mal, kannst du dich auch mal ein bisschen zusammenreißen? Hey, das ist echt schlimm, mit dir aufzunehmen. Ich mach gar nichts mehr mit dir. Ich bin die ganze Zeit ruhig. Stimmt. Hallo. Wir wollen heute ein Video machen. Komm nicht raus. Ich komm nicht mit klar. Ich muss... Okay, drei, zwei, eins. Ja, hallo. Ja, mein Schätzchen, Glück. Nein. So, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja, mein Schätzchen, Glück. Scheiße. Ja, mein Schätzchen, zu diesem Video und einen Gruß an alle Abonnenten, beziehungsweise Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Hatzl und ich grüße jetzt mal ganz lieb die Abonnenten von meinem Gastredner. Nee, kann man nicht Gastredner sagen? Das überlege ich mir gerade. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Hatzl und ja, was ihr hört und was ihr jetzt gleich zuhören bekommt. Nee, das ist auch blöd, ne? Was ihr hört und was ihr gleich zuhören bekommt. Ach ja. Ich muss nachher auch nochmal los, ne? Ich auch. Ich muss ja noch die Aufnahmen machen. Okay, jetzt hauen wir es durch. Jetzt langt's.